Hallo ihr Lieben! Wir sind jetzt schon ein paar Tage auf Bali und sind aber nicht zum Filmen gekommen, weil wir noch so viele Videos zu schneiden hatten. Also das Ganze von den letzten Tagen von den Vulkanen haben wir jetzt noch gemacht und ja, jetzt fahren wir nach Dempasar, weil wir unser Visa verlängern müssen und dann ja, vielleicht fahren wir noch zum Strand, wenn es sich ausgeht. Ja, wir sind jetzt gerade in einem AirBnB, dazu werden wir aber ein eigenes Video dazu machen. Ist sehr schön mit Pool und ja, ist echt nett. Also wir lassen es uns hier gut gehen. Wir waren jetzt gerade in Dempasar und haben einen Prognost gemacht und Fingerabdrücke gegeben für unser Visa und jetzt haben wir noch einen Umweg gemacht und zum Meer gehauen. Ja, jetzt sind wir hier an so einem schwarzen Strand angekommen, das haben wir gar nicht erwartet. Wir haben hier noch eine gemene Tür. Ja, das ist vom Angrunken, also der jetzt kurz vorm Ausbrechen ist. Ja, der Vulkan. Der Vulkan, ja. Und deswegen ist der ganze Sand hier so schwarz. Aber es sieht sehr schön aus. Ja, echt, es glitzert so schön und mal was anderes als die typischen Sandstrände. Die Wellen sind ja auch sehr, ja, jetzt gerade weniger, aber wir sind schon sehr hoch zum Söl. Ja, es ist kein Mensch hier außer ein paar Fischer. Aber ich denke, wir werden jetzt dann noch zu einem weiteren Strand schauen, der mehr prepariert ist zum Bahn. Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt wieder in unserem Airbnb angekommen und haben uns am Weg noch was zu essen geholt und jetzt werden wir dann mal planen, wie es weitergeht, also welche Unterkunft wir dann nehmen und ob wir noch andere Inseln anschauen oder auf Bali bleiben. Ja, wir sind jetzt hier noch zwei Tage und wir überlegen, ob wir jetzt noch die Giliinseln und Lombok mitmachen sollten oder ob wir das ein anderes Mal machen. Der Grund ist, dass es die Hotels einfach billiger gibt, wenn man die auf längere Zeit bucht. Auch der Roller ist günstiger, wenn man diesen länger in voraus bucht. Nicht im voraus, also länger bucht. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob sich Lombok auszahlt oder es heißt ja nicht, dass wir es dann gar nicht machen, aber vielleicht machen wir es dann einfach ein anderes Mal, falls wir wieder herkommen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. And on and on we'll go On we'll go On we'll go to the center of Ubud Judy needs a shirt No, I don't need it Not necessarily, but let's see She would like a Aladin shirt I don't know how they actually call it Let's see if we can find something here Yeah, we'll see if it's on the market And so No, I don't want to rest Echoing around these walls Fighting to... Hose wurde gekauft Erforderte viel Verhandlungsgeschick Aber letztendlich sind wir zufrieden mit dem Preis Jetzt werden wir noch etwas essen Ja, wir wollten in so ein Café schauen Wo es so schwarzen Reispudding mit Kokos und so weiter gibt Also mal schauen, ob wir das finden Ja, die Werbung hat gewirkt Wir haben jetzt nicht mehr viel gemacht Deswegen sind wir jetzt auch schon wieder zu Hause Ja, wir werden jetzt eigentlich auch gleich ins Bett gehen Ja Da wir sehr müde sind Ja, der Weg ins Zentrum ist echt anstrengend Ja, ist echt anstrengend Und ich hoffe Dass wir morgen wieder einen Roller haben Ja, da ist man viel mobiler Ja Vom Zurückgehen geht es so bergauf Es ist immer so anstrengend zum Gehen Gut Das ist übrigens die Hose, die ich mir gekauft habe Perfekt Ja Na gut, dann verabschieden wir uns auch schon Und ja Schaltet auch zum nächsten Video wieder ein Abonniert uns Und gebt uns einen Daumen Tschau 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 Tschau